Hallöchen Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen Angespielt, ein weiteres Spiel auf Steam My Paper Boat, mein Papierboot Ich glaube, das ist einfach ein sehr idyllisches, entspanntes Spiel, denke ich Und wir werden mit diesem Papierboot, da ist irgendwie was im Weg Diesem Papierboot werden wir nachvollziehen, wie sich das Papierboot in S gefühlt hat Als es in dieser stürmischen Nacht Die Straße entlang geflogen ist, entlang geschippert ist Und dann in die Kanalisation zu Pennywise gekommen ist Bling, 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 1x1, 1x1 Und das war doch gar nicht mal so schwer, oder? Ähm, okay Sammeln, sammeln, wenn es passiert, da kommt, ob ich treffe alle Ziele Wir sammeln mal Garden Und als nächstes kommt die Map Dessert Okay, wir sollen, uff, gleich schon verkackt Alles mit unserem Wasser Spann dich doch mal Niooo, ich bin schon wieder von mir gefahren 50 Münzen, wir haben unendlich Zeit, aber wir haben, das wird die Zeit auch gemessen Alles Spiele, indem es darum geht, ein Papierboot zu steuern Und wie sagt, herauszufinden, wie sich das Papierboot in S gefüllt hat Oder in IT Wenn ihr es in Originalsprache geschaut habt Bling, überall sind hier Münzen Das ist ja ein cooles Leben als Boot Boat, 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 boat Boat, boat, boat Oh, komm ich da durch? Ja, da ist ein bisschen Leben, falls ich bräuchte, bräuchte ich aktuell nicht Niooo, mein Boot geht ganz schnapp Geht ordentlich Stall hier Wo bin ich angekommen? Los, komm ich hier weiter? Da komm ich weiter Wie gesagt, ein ganz idyllisches Spiel Ganz entspannt, ganz ruhig Keine Hektik hier Dann hört die Vögel zwitschern Wir sammeln ganz entspannt Münzen ein Was haben wir denn da? Eine GPS-Koordinate Ah, ein Safe Point Ich bin tot Oder auch nicht Wir dürfen uns nicht von der Strömung treiben lassen Aber die Münzen lassen sich treiben, hm? Oder auch nicht Komm ich hier durch? Ja, ja, ist ja gut Aber soll ich das nicht tun? Juuuuhu Das noch mal eins Ah, siehst du, muss ich gar nicht mehr beschleunigen Sehr interessant Mein Leben sieht nicht mehr so fresh aus Den Blitz möchte ich natürlich mitnehmen Ah, Strömung Widerlich Lass nämlich noch mit Und weiter geht's Platsch Ein bisschen Leben Das ist wie viel am Anfang, oder? War ich hier nicht am Anfang gewesen? Ich bin klar, wo ich hier auch hin muss Weil wir jetzt sicher keine Münzen mehr Das heißt, ich war hier schon Fast war ich hier schon Okay Ähm, was haben wir sonst noch so? Passiert, ich treffe alle Ziele Oh, wir können schießen Wieder im Garden Let's go Jetzt hast du heute Kanon Du kannst hier und schießen Mit Left-Maus-Button Versuche die Ziele zu treffen Machst du linke Maustaste Waaah, geil Hier bin ich Hier bin ich nicht hergekommen Warte eben Platsch Ich habe Leben verloren Ungeil Warte Das Papier Oder einfach mal eine kleine Kanone drauf Ah, da kann man das schwer sehen Ah, komm mal ein Stück zurück Dann muss ich noch die andere Seite Ähm Platsch 52 Zielscheiben gibt es hier Oh Gott, hier wo baller ich denn hin? Steuern und ziehen ist beides so ätzend 어디 was istrierst? Hm, flupflup Flupflup Flupflupflup Flupflupflupflup Flupflupflupflupflup Flupflupflupflup Plium Pl Hung Patium Oh, dich war krank Gar okay Pl k ca blub 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 schöner garten ein wirklich sehr schöner garten mit einer papierbootkanone mal eure wasser zerstören kinder es ist ja schön was ihr da aufgebaut habt aber leider kann ich das nicht leiden also muss ich zerstören alles muss ich zerstören es wird alles zerstört nichts wird hier überleben zerstört platz ein leben verloren und platz noch mein leben verloren aber es lebt noch das boot es ist noch nicht zerstört hat noch etwas etwas rückgrat hat es noch sehr gut also nicht sonderlich tief das spiel und passiere kontrollpunkt ist entsprechend das was wir gerade passiert haben gibt es hier wahrscheinlich öfters ich schwebe ich bin herr der mist der götter gute juhu unterwegs hat immer der gleiche naja liebe freunde damit würde ich sagen was das gesunde angespielt zu my paper boat viel content gibt es hier nicht umberweise die drei spielmodis halt spiel gibt es auf steam wer es sich angucken möchte ein bisschen ganz entspannt spiel möchte kann sich das gerne angucken wir sehen uns der höchste dabei angespielt bis dahin ciao Leute